Herzlich Willkommen hier im Prinz Hotel La Dorada auf Mama Mallorca. Genau das Richtige für Leute, die auf Sport stehen, so wie ich. Und deswegen gucke ich mir das jetzt mal an. Guckt euch unbedingt mal dieses Zimmer an. Ich habe es schon ausgecheckt. Ich habe hier eine eigene Küche. Es geht nichts geiles an, ich kann hier selber kochen. Ich habe hier oben sogar eine Mikrowelle drin, einen Wasserkocher und eine Mini-Bahn. Also Sport ist ein Hobby, mein zweites Hobby ist Essen. Und es gibt nichts Schöneres als richtig gutes Essen und das wird jetzt hier mal probiert. Ich habe hier oben gedacht. Okay! Untertitelung des ZDF, 2020